Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce! Heute mal wieder random und alleine und ich zock... Pfff! Geilen Plan, was ich zocke. Und zwar die ersten... Ich muss euch jetzt was ganz wichtiges ansprechen, ganz schnell. Und zwar... Wie die sich... Wie die... Falsche Aktion heißt, ich hab ja vorhin noch Bienen gefarmt, scheiße. Wie die meisten sicherlich mitgekriegt haben, gibt es ja jetzt eine XP-Grenze. Und, äh, ich hab halt jetzt die Frage, beim Bienen-Farm liegt die XP-Grenze bei 35.600. Deswegen wäre jetzt meine Frage, A, gibt's XP-Grenzen auch woanders? Irgendwo? Oder, ja, Main-Text asozial, ja, nee, hab ich nicht gehört, mein Lieber. Halt, alle Fresse. So, deswegen ist halt meine... Deswegen ist jetzt halt meine Frage, ja? Äh, gibt es noch woanders die XP-Grenzen oder sind die nur bei mir? Und wenn ja, wo... Wie sind denn dann die XP-Grenzen? Falls es da irgendwie so ein Botter oder sowas mal gibt? Ja, scheut euch nicht hier, Botter-Spiel 3... Äh, Spaß. Aber schreibt mal dann hier rein, die Kommis, na? Das wäre mal ganz interessant für mich. Ja, im Ernst, im Ernst. Nee. Du scheiß Stieler-Noob. Spaß. So, ich zog jetzt einfach mal random drauf los. Ohne Wecker, ohne Uhr. Ich hoffe mal, das läuft jetzt. So, ich muss jetzt irgendwie die Zeit überbrücken, über... What the fuck? Wie instant war mein Prämie denn bitte gerade weg? Ich kam in die Ecke, war einfach tot. Ja, genau. Ja, Y7-Fighter, was rennst du rum? Ja, auch noch eine Nade ins Gesicht. Ich laufe durch den Rauch ruhig. Wie so eine... Boah, ohne Spaß. Ja, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich labere einen Rotz zusammen. Und auch grammatikalisch... So, Inko... Ja, du dummes Stück. Ziehste mir halt noch, Prämie. Ich labere hier gerade einen Rotz zusammen, ey. Das ist richtig peinlich. Wieso habe ich 3, 2, 1 und nur einen Kill bei Leichte? So, mal gucken, äh... Ob ich jetzt in der Folge hier mal... Mal gucken, ist hier irgendwie gerade geile Chance auf dem picken Winboard? Äh... Naja... Ist ja voll die krassen Chancen hier überall. Wobei... Boah, das wäre der Oberhammer, ey. Ich ziehe jetzt einfach mal random runter. Mal so ein paar Coins. Puh. Lalalale. Mal gucken, ich habe ja genügend. Ich habe mich... Ich habe mich da mal gegönnt mit meinen restlichen Tokens. Und dann ziehe ich jetzt einfach mal random runter. Boah, hoffentlich, ey. Ich will jetzt erst im LP gewinnen, wäre der absolute Oberhammer. Ja, Phil, da wird eine bestimmte Menge an Coins verbraucht. Boah, komm, Alter. Bitte meine Methode. Lass mich jetzt ein einziges Mal nicht im Stich. Boah, ich gewinne gerade nur Rotz, ey. Ich gewinne gerade sämtliche Rotze, die man gewinnen kann. Boah, Alter. Scheiße. Scheiße, ey. So, jetzt habe ich noch 25 Coins. Hälfte habe ich jetzt gerade verballert. Lohnt sich gerade nicht so richtig irgendwo weiterzuziehen. Oh, Mann. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Ja, hier, Mann. Hast recht. Scheiße. Soll ich hier noch ein bisschen random ziehen? Ich weiß nicht. Das wäre im Prinzip 50 Coins einfach mal gratis verschenkt. Für nix und wieder nix. Das Problem ist halt, ich weiß halt nicht, ob ich hier, ob, wo hier noch was sein soll und ob überhaupt noch irgendwas ist. Ich kann jetzt halt hier noch ein bisschen random runterziehen, aber so richtig lohnen wird es sich halt... Pfff. Komm. Verballern wir jetzt mal in der einen Folge einfach alle Coins. Boom, Junge. Und im LP der Hauptgewinn, ey. Yeah, Mann. Wunderbar. Wunderbar. Geiler kann es einfach nicht sein mitten im LP. Ich liebe es. Ohne Spaß. Ja, ich muss mal sagen, ich bin einfach mal das Beste, das Schönste, das Tollste. I love it. Yeah. Gepi, meine Nudel, hat gewonnen. Na, auf jeden habe ich gewonnen. Boah, auch wenn ich jetzt meine ganzen Coin-Cinmos verballert habe, das muss da einfach mal sein. Ansonsten lohnt es sich nicht, irgendwo zu setzen. Ihr kennt mich ja schon. Ihr kennt ja meine Methoden, einfach immer auf die Mitte gehen. Da gewinnt ja meistens was, wie man hier sieht. Ja gut, ansonsten... Ich weiß halt nicht, wie ich meine Zeit noch sinnvoll rumbringen kann. Ich habe jetzt einmal was beim Pick'n'Win gewonnen. Ansonsten, was kann ich denn noch sagen? Brickforce ist geldgeil geworden. Naja. Ja. Ich kann noch mal ganz kurz in den Raum gehen. Komm mir, VIP-Lager 2 gegen 2, mache ich das easy. Helfen wir mal hier diesem Eis-Spawned. Ich meine, guck mal, wir liegen ja so krass hinten. Da haue ich rüber. Da haue ich raus. Ich nehme die Kills an. Ne. Vergiss es. Los! Nein, was kommt der denn durch? Wo ist mein Prämie? Ja, und der Kämpfer oder was? Lappen. So, jetzt kommt nämlich die Macht der Weltraumnades. Einmal. Und zweimal. Und ihr seht, die Macht der Weltraumnades hat es richtig rausgerissen. Also, die Welt... Tut mir leid, aber... Wenn mir gestealt wird, dann reagiere ich einfach so. Der steht nur hinten und kommt dann nur ran, um den Kill abzusahnen. Das finde ich richtig... Ja, und jetzt holt er sich wieder beide, oder was? Wehe dir, du Mongo. Eisborn, du kleine Drecksnudel. Wehe dir. Geht doch. So, jetzt steht er hier wieder so schön rum. Germany's Next Flop Model. Ja. Und auch noch die Kickquote hinterher. Hä? Wo war denn mein Prämie auf einmal hin? Ich war so instant. Ja, okay, der ist disconnected. Da ruppe ich die Scheiße halt alleine. Komm. Durch. Durch einfach. Ich kill die jetzt. Los. Weg. 4 HP ist mir egal. Scheiße. Oder auch nicht so. Fuck, fuck, fuck. Komm. Ich brauche... Fuck, nein! Oh, Mann. Mann, das lohnt sich ja über... Das ist ein Untergang, mein Lieber. Luck. Ja, ja. Schieß ruhig. Ich komme da mal kurz. Na? Ja, ansonsten, was soll ich denn noch sagen? Ich bin ein Hacker. Habt das gelesen? Nein, 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 nein. Eieiei, scheiße. Nein. Äh, ich möchte noch was erzählen. Äh, ich muss dir heute wieder extrem viel für die Schule nacharbeiten. Äh, jetzt so experimentmäßig. Und das hat übel zu gestuckt. Ich musste bis gerade eben diese Experimente machen, ja? Und ich denke mal, ich werde darauf wieder eine 3 bis eine 4 kriegen. Weil so bin ich einfach. Ich kriege einfach nur schlechte Noten immer. Das ist voll komisch. Boah, Junge, stirbt doch einfach. So. Okay, 2 gegen mich. Glaube ich nicht so richtig, dass ich das nur überlege. Oder auch... Spacken. Wunder... Ach, Tapie. Ach, Tapie. Ach, Tapie. Alter. Nein, du kleine Nutte. Du billige Straßenfittchen. Oh, fuck. Beim Räumskam gerade Kotze mit hoch. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich bin heute so früh aufgestanden, da hängt mir so Rotze im Drachen die ganze Zeit. Boah, ohne Spaß, Junge. Du bist so ein Dreckskack, nun, ey. Der kämmt da einfach nur. So, den hole ich jetzt da weg, mein Lieber. Den hole ich da weg. Weg ist er. Weil er nix kann. So, guck mal, der kommt von hinten und ich troll den einfach. Oder auch nicht. Egal, ich hab ihn fast getrollt. Stellt euch davor, da steht GP3050, hast trolled, Brickshot und den Typen. Boah, ich weiß nicht, wann der Pesen gerade so langweilig war. Aber es ist halt einfach so, es ist abends, ich bin eigentlich gerade hab eigentlich nur Bock gehabt auf... Ja, wo steht der denn bitte rum? Ich hab keinen Bock auf das LP gehabt, aber da ich einfach keins mehr auf Platz hab, muss ich einfach noch eins aufnehmen. So, bleib er einfach stehen. Nein, der hat... Der hat schneller respawned, oder was? Also, Leute, so, ich müsste mal ein How-To aufmachen, How-To, wie man seine KD-Down pusht. Weil was ich ja gerade mache, ist ja einfach nur gerade hier KD-Down machen und so. Boah, Junge, du bist so schlecht einfach nur. Weißt du, das eine, was er da noch macht, ist da der Rumstehen, ey. Lappen. Bitte, bitte nicht, bitte, schade. Hätte ja klappen können. Ich bleib da noch ein bisschen stehen. Aua. Ja, klar! Dummer Hure. Du How, du Kleine. So, einfach noch mal ein paar Nades drüber, denn die treffen ja sowieso nicht. Pass auf, und jetzt steht der ja sowieso wieder. Lol. Snipen die gerade beide? Voll geil. Einfach so ein bisschen hin und her laufen, da treffen die nämlich nicht. Das ist mein Tipp für euch, wenn ihr gegen jemanden snipet. Einfach immer so hin und her laufen, da ist das No-Scopen. Re- Mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist einfach Sheet. Oh, fuck, das... Ja. Das sind jetzt Hardscoper, die Hardscopen einfach gerade hin. Nein, vergiss es, Junge, nicht. Aaaaaah! 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 Da hatte ich einen Krampf in meinem kleinen Finger. Äh, meinem... Finger, ja, im Brick Force, der wollte einfach nicht schießen, verdammt nochmal. Au! Ich bin Zivilist. Au! So, einfach drauf da, komm. Ich muss ja sagen, ich spiele in der Schule auch immer sehr oft Skat. Das nochmal in den letzten Sekunden noch was, nochmal... Nee! Nicht noch mal ein Assist. Du Hure-Ultra-Ball. Ich muss ja sagen, ich spiele ja in der Schule immer sehr oft und sehr intensiv Skat. Und da würde ich gerne mal wissen, so, äh, spielt ihr Skat? Könnt ihr Skat? Wisst ihr, wie das geht? Habt ihr ein paar besondere Tipps für mich? Eure Meinings? Abonni-Comments. Ich bin gespannt. Na gut, Leute, das war's auch schon wieder von mir. Wir sehen uns in meinem nächsten EP wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.